Sei bitte vorsichtig, ja? Der Weg ist jetzt frei. Salvador? Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Er kann nicht weit gekommen sein. Warte! Wir können da doch nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Ich komme da schon irgendwie rein. Ich komme da schon irgendwie rein. Salvador hat Notizen auf dem Fernglasrand gemacht, die auf dieses Feld hinweisen. Ich sollte mir das mal näher anschauen. Ja. Salvador hat für dieses Gebiet eine Sprachnotiz hinterlassen und einige Werte notiert. Das sollte ich auf jeden Fall genau analysieren. Vielleicht gelingt es mir ja, auf diese Weise Salvadors Vorgehensweise zu rekonstruieren. Hier hat Salvador etwas notiert. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachtturm. Die Rohre sind fest verschlossen. Kein Eindringen möglich. Lok 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Nah am Dschungel gelegen, aber weit umzäunt. Mit wenigen Versteckmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist der Wachtturm im Hintergrund. Ich werde ihn mir näher ansehen. Vielleicht dient er nur zur Abschreckung. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch eingestellt. Die Wachmänner stehen in permanentem Funkkontakt zueinander. Der Turm ist rund um die Uhr besetzt. Der Aufstieg ist zu hoch und zu steil. Bis ich oben bin, hätte man mich schon entdeckt. Lok 3, 0446. Der Wachtturm ist ein Problem. Zusätzlich kontrollieren Wachmänner den inneren Bereich. Eine Patrouille beginnt bei den Garagen, passiert dann zu ihrer linken Seite den Heliport und schließt bei der Brücke ab. Ich sollte mir die Fahrzeuge ansehen, die sie unterwegs passieren. Vielleicht kann ich ihnen da auflauern. Ich werde die Fahrzeuge ansehen, die sie mit der Brücke ab und schließt bei der Brücke ab und schließt bei der Brücke ab und schließt bei der Brücke ab. Zwei Boote brachten Indes und einen Assistenten. Alle Boote werden vom Heliport aus bewacht. Lok 4, 0712. Emilio Indes ist mit einem Boot eingetroffen. Folge ihm vorbei an den Garagen bis hin zum Hauptgebäude. Wo sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. Seine Tage sind gezählt. Aha, der Algenbehälter. Ich nehme an, Faye's Plan ist damit gescheitert. Bent! Ich hab die Alge gefunden! Sie ist tatsächlich bei Indes im Büro. Und wie kommen wir jetzt da hin? Nicht hetzen. Ich arbeite dran. Der Fahrstuhl ist ungeeignet für einen Überraschungsangriff. Lok 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. Das scheint der Ort zu sein, den Salvador beschrieben hat. Aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht richtig eingestellt. Ben, ich hab ihn! Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir! Abgeschlossen? Oder verbarrikadiert. Will Salvador vielleicht gar nicht, dass wir ihm folgen? Er ist manchmal etwas schwierig. Wie auch immer, wir müssen da rein. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut, dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis gleich. Sei vorsichtig. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Was das wohl darstellen soll? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ben! Ben! Na endlich! Was hast du da drin gemacht? Nicht zicken, mitkommen. Salvador kann nicht mehr weit sein. Miss Buendia, ich wünsche in der nächsten halben Stunde nicht gestört zu werden. Ich muss über die Zukunft der Bioenergie auf diesem Planeten entscheiden. Und drehen Sie bitte die Klimaanlage auf. Ich muss den Dschungel nicht auch noch in meinem Büro haben. Sehr wohl. Die Alge ist in diesem Raum über mir. Zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Ja, ich muss ihn haltieren. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Und schnipp. So, jetzt wird's kalt. Nun kommt wieder warme Luft herein. So, jetzt wird's kalt. So, jetzt wird's kalt. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Die Tür ist offen. Und wieder hoch damit. Soll die heiße Luft draußen bleiben. Da kommt er nicht mehr so leicht wieder raus. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. So. Jetzt wird's kalt. Miss Buendia, die Klimaanlage. Hören Sie mich? Ich bitte Sie umgehend die Klimaanlage herunterzudrehen. Ich bin Leiter eines Weltkonzerns und kein Eisbär am Nordpol. Alles muss man selber machen. Ich bin Leiter. Ich bin Leiter. Ich bin Leiter. Psst. Sind Sie Salvador? Mhm. Ich bin hier, um Sie zu retten. Halten Sie sich bereit. Ich brauche etwas, um die Fesseln durchzuschneiden. Hab verstanden. Ich kümmere mich darum. Ein Brett und ein Metalldeckel sind das einzig Verwertbare. Ich nehme beides mit. Das sieht vielversprechend aus. Das sieht vielversprechend aus. Das sieht vielversprechend aus. Recht. Erst wenn der Kran wieder oben ist. Jetzt wird der Kran wieder oben. erfahren. Das Steuerungspult für den Magnetkran. Was ist hier passiert? Euer Weltuntergangstraum wird wahr. Euer Freund hat den Kran gestoppt. Der Reaktor kann hier oben nicht gekühlt werden und wird in wenigen Minuten explodieren. Was können wir dagegen tun? Ihr reaktiviert den Kran. Eine Etage weiter unten ist der Schalter. Kann man ihn denn nicht von hier aus steuern? Es gibt einen Notflutungsmechanismus, aber um den zu aktivieren, muss das Ventil im untersten Stock aufgedreht sein. Kran, erste Etage. Ventil ganz unten. Verstanden. Du kümmerst dich um Indus. Ich aktiviere den Kran. Wie naiv sie ist. Dieser Soziopath wird sie ohne Skrupel abknallen. Ruhe da unten. Sie wird das schon hinbekommen. Gut gemacht. Und jetzt komm schnell wieder hoch. Wenn die Brennstäbe das Kühlwasser berühren, wird alles in kochend heißem Dampf versinken. Nicht so schnell. Kaum zu glauben. Ich dachte mal tatsächlich, du würdest mir noch nützlich werden. So kann man sich irren. Und jetzt, her mit der Blaualge. Was? Wieso? Du gibst sie mir. Freiwillig oder nicht. Es ist deine Entscheidung. So. Jetzt können wir verhandeln. Wenn mein Plan erfolgreich ist, was er sein wird, dann explodiert dieses Kraftwerk. Und die Welt wird panisch nach alternativen Energiequellen suchen, damit so ein Unglück nie wieder passieren kann. Genau aus dem Grund brauch ich Bent Svensson. Und die Alge. Hast du mich gehört, Svensson? Ohne einen Super-GAU wird die Welt niemals auf dich hören. Ich gebe euch Zeit zu entkommen. Und dafür lasst ihr mich meinen Plan zu Ende bringen. Bent. Hör bloß nicht auf ihn. Keine Angst, Faye. Ich bin nicht dumm. Dein Mitgefühl macht dich dumm. Weil ihr es immer allen recht machen wollt, wird sich niemals etwas ändern. Ich stelle dich auf die Probe. Willst du mich aufhalten und ist dein Wille stark genug? Bist du bereit, Faye zu opfern? Was? Ihr habt richtig gehört. Entweder wir können uns einigen oder Faye stirbt. Mein Gott. Ich warte. Hey! Verdammt! Verdammt! Ich hab das Ventil aufgedreht. Du kannst jetzt die Notflutung aktivieren. Das wird er nicht machen. Die liebe Faye würde ja sonst ertrinken. Und jetzt lass mich rein. Ich habe die Alge und ich bin immer noch bereit zu Verhandlungen. Ben, wenn du mich nicht opfern kannst. Halt! Was machst du? Verdammt! Halt!